Herzlich Willkommen zu einem Vlog oder so zumindest in der Art und mit dabei hier Niklas Grieffa. Hi! Läuft bei mir! Ja, das Handy wurde gerade geschrottet. Fast geschrottet. Ja gut, fast. Das war nicht mehr zu bleiben. Ja, das war aber Lukas Diele, nicht ich. Ähm, wir sind gerade vor dem Gölbener Freiburg. Chillen hier ein bisschen, bevor wir schwimmen haben. Ja, läuft bei uns, ne? Und auf jeden Fall, ich kann auch mal bei mir vorbeigucken, dann noch mal ein bisschen mehr zum Fahrradfahrer. Nein, ein bisschen mehr zum Fast-Handy-Drauf-Gänger. Samsung Galaxy S3 Mini. Wow! Geil! Ne? Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier mit dem Bus hierher gefahren und dann mit dem Penny war noch den Rest von der Bushaltestelle hierher gefahren. Und ja, jetzt stehen wir hier vor dem Freiburg. Und dann gehen wir ja vorbaden. Und vielleicht dann... Liken! Ja, da war der. Ja, genau, genau. Ja, ja, jetzt gehören! Like an! Ja, und vielleicht machen wir dann, wenn wir dürfen, noch von drinnen ein Video. Aber nur, wenn wir dürfen.